Es ist an der Zeit, über eine Frau zu sprechen, die Großartiges für die Verbraucher geleistet hat, die aber hierzulande beinahe unbekannt geblieben ist. Miss Temple Grandin, die bedeutendste, die erfahrenste Tierschützerin der Welt. Wer das Wort Tierschutz nicht mehr hören kann, weil unsere Tierschützer eine Welt ohne Nutztiere anstreben, der kann beruhigt sein. Temple Grandin ist das genaue Gegenteil. Sie arbeitet für ein lebenswertes Leben des lieben Viehs. Als sie als Kind mit meinen Welpen spielte, sagte sie einmal, wollte ich den Tieren helfen. Gerade so wie viele andere Mädchen auch. Doch dazu hat sie sich nicht etwa irgendwelchen Tierbefreiern angeschlossen, die Haushühner aus ihren Ställen vor dem Suppentopf retten. Sie hat lieber tiergerechte Ställe und bessere Schlachthöfe konstruiert. Schlachthöfe mit einem, wie sie sagt, hohem Level an Tierschutz. Temple Grandin ist Autistin. Diese Veranlagung öffnete ihr den Blick für Tiere. Ein Schlüsselerlebnis waren Rinder, die zum Impfen in einer Pressmaschine eingeklemmt waren. Ich war völlig fasziniert, schreibt sie, von dem Anblick, der in diese Maschine gepferchten Tiere. Man sollte meinen, dass die Rinder panisch reagieren, wenn sie so in die Zange genommen werden. Doch das Gegenteil ist der Fall. Sie werden plötzlich ganz ruhig. Noch während ich die Rinder betrachtete, wurde mir klar, dass ich auch sowas brauchte. Ich kaufte mir einen Kompressor und benutzte Sperrhausplatten für die V-Struktur. Die so entstandene Squeeze-Maschine funktionierte tadellos. Wenn ich in meine Squeeze-Maschine ging, beruhigte ich mich sofort. Dank dieses Gerätes überstand sie in eigenen Worten die Pubertät und konnte sogar studieren. Das Pressen wirkt bei Reizüberflutung, die neben Autisten auch Tiere ausrasten lässt. Der Fang- und Behandlungsstand gibt den Rindern ein Gefühl, das sonst nur Neugeborene haben, wenn man sie wickelt. Natürlich sollen Tiere nicht eingezwängt werden. Vielmehr sind die Umweltreize so zu dosieren, dass sich das Tier wohlfühlt. Grandin sieht die Welt nach eigenen Worten wie ein frohes Tier. Wie verträgt sich das damit, dass diese Tiere später geschlachtet werden? Die Rinder, die Schweine und Hühner wissen nichts davon. So wie der Mensch auch nicht vorher weiß, wann sein letztes Stündlein schlagen wird. Das Vieh bekommt nichts davon mit. Es wird am Schlachthof schmerz- und angstfrei tiefenbetäubt und erst danach getötet. Nicht zu vergleichen mit dem Tod in freier Wildbahn. Wildtiere sterben ja nicht friedlich im Kreise ihrer Lieben an Altersschwäche, sondern der Blüte ihres Lebens an ekligen Parasiten werden von Wolfsrudeln zu Tode gehetzt oder verhungern jämmerlich im Winter. Grandins Aufmerksamkeit gilt den Details. Wenn Tiere mit ihren Hufen oder Klauen in den Treibgängen rutschen, geraten sie in Panik. Böden müssen immer absolut trittsicher sein. Steht das Personal im Sichtfeld vor den Tieren, laufen sie nicht weiter. Zu vermeiden sind Gänge, die am Ende dunkel sind, Lichtreflexionen, scheppernde Materialien wie Ketten, Kittel, die über den Gittern hängen. Manchmal führen selbst Sonnenstrahlen, die durch irgendeine Öffnung am Dach auf den Boden fallen, dazu, dass Rinder sich weigern, darüber hinwegzuschreiten. Werden die Regeln beachtet, genügt als Treibhilfe ein Fähnchen statt des üblichen Elektroteibstabes. So sieht praktischer Tierschutz aus. Für jede Tierart sind allerdings andere Formen des Umgangs nötig. Es gibt einige wenige deutsche Schlachthöfe, die Grandins Dienste in Anspruch nehmen. Ein Teilnehmer berichtet, sie marschiere im Stechschritt durch die Anlagen. Einige Herren versuchen ihr zu folgen und alles aufzuschreiben, was ihr auffällt. Dann wieder robbt sie durch die Treibgänge für Schweine, um die Anlagen aus deren Perspektive wahrzunehmen. Es heißt, es würde ihr nichts entgehen, kein noch so unscheinbares Detail. Ihre Verbesserungsvorschläge verteuern nicht etwa die Produktion. Wenn Tiere stressfrei aufgezogen, gehalten, transportiert und geschlachtet werden, sind sie viel leichter zu handeln. Sie sind umgänglicher, das spart Zeit und vor allem Nerven. Und das wiederum senkt die Rate an Unfällen. Zugleich wird die Fleischqualität besser. Nicht nur, weil die Tiere keinen Stress haben, sondern weil es bei klugem Herdenmanagement nicht mehr zu Rangeleien und Aggressionen innerhalb einer Herde kommt. Die Folge dieser Kämpfe sind blutige Striemen im Muskel, die oftmals erst beim Schlachten erkannt werden. Dieses Fleisch lässt sich nicht mehr vermarkten. Laut Grandin gibt es aber noch viel zu tun. Sie beklagt die vielen Lahmheiten, ein Zeichen ungeeigneter Züchtung und falscher Haltung. Immer wichtiger wird das leidige Thema Antibiotika. Da viele Verbraucher Antibiotika ablehnen und ihr Einsatz zum Verlust des Biostatus führen kann, wird krankes Vieh nicht behandelt und es leidet unnötig. Auf Wunsch einer tierlieben Kundschaft. Niemals würde sich Frau Grandin nach dem Vorbild unserer Tierschutzaktivistinnen in der Fußgängerzone ausziehen und sich mit Ketchup vollkleckern, um ihren infantilen Protest gegen eine Würstchenbude zu demonstrieren. Grandin hat sich als junge Frau lieber im Dreck gewälzt. Und zwar, um unerkannt in die Farmen zum Vieh zu gelangen. Verdreckt und ungewaschen sah sie halt aus wie einer der Cowboys, die dort arbeiteten. Frauen war der Zutritt dort sonst verwehrt. Temple Grandin hat weit mehr für die Tiere erreicht, als alle unsere Tierschutzklubs zusammen, die in Spendengeldern schwimmen und jederzeit Heerscharen von willigen Mitgliedern aufbieten können. Sie hält Tiere nicht für bemitleidenswert, sondern für nützlich und schmackhaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017